Tja hallo und da sind wir wieder ich und mein super süßer Pornobart ja ich weiß es sieht wie immer scheiße aus ich schaue auch immer noch um bm penner es macht nichts es geht wieder weiter ich freue mich tierisch darauf endlich mal life is strange weiter zu spielen was when I went through David's laptop pictures of Rachel and Frank being more than friends right no way max she was just posing to tease Frank if you're not gonna believe me why don't we check out what Frank has in his RV what's that gonna prove Frank has Rachel's bracelet what else does he have in there motherfucker better not have anything for his sake oh let's check the door Frank gets so wasted he sometimes forgets to lock it I can't believe you hung out with him not anymore we have to be casual ninjas here okay here's the plan I'll go to the diner and distract Frank by telling him I have this money but he needs to come with me then you come in and wine so Frank doesn't see me then you can tell Frank he needs to check out his RV and then you rewind after you get the key and Chloe I got this I'll be right back don't let my epic plan get in the way of yours I'll try to scrounge up a scooby snack to distract his mangy mut scooby snack now to find a quick and easy way to snag Franks keys hmm locked gut dann halt nicht hmm I hope she finds a nice t-bone to keep the doggy dizzy somewhere I have actually huh hmm hmm huh Trick or Treat oh a bee oh a bee a bee what is going on here äh, das ist ja unsere Karre von Chloe warte mal, doch ein Vogel? jemand hasst Vögel oh oh, mein Daddy will was von mir dann Zeit, damit die sie, oh Gott Maxime, Papa hier, verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet habe deine Mutter ist sehr stolz darauf, wie du dieses Mädchen gerettet hast ja, ich musste das jetzt genau betonen genau wie ich dich nach Blackwater zu schicken, war das Beste, was du je von uns verlangt hast wir waren so stolz in den Nachrichten von dir zu lesen und ein Video zu sehen, wie du mit ihr das Dach verlässt wenn du zum wenn du zum Relaxen nach Hause komm was, was? wenn du zum Relaxen nach Hause komm und hier auf eine Schule gehen möchtest steht die Tür immer weit offen kurz Papa, danke Papa es war chaotisch hier ich bin noch nicht so weit nach Hause zu gekommen bis später ja, so muss man das lesen So, äh, der Fischer schon wieder. Servus, Typ. Guten Morgen, wie sind die Fische heute? Nicht fragen. Erst der Schnee, dann der Eclipse. Was ist dann? Der Tornado? Ist das mein Reh? Naja, ist das ein Klimawandel? Climate change or something? Climate sure has changed around here. Just saw that Prescott brat having a fit by himself in the parking lot. Isn't he always having a fit? He ain't the only one. You knew what was going on with the fish around Arcadia Bay. Sorry, I'm too pissed to talk about it. See you around, kid. Also ich kann noch was drehen und wenden, dann reden wir. Fische. Das ist nicht gut. Schauen wir mal nach, was in der Zeitung entsteht. Oh Gott, das ist so schrecklich. Ich werde hart getrohlt werden. Also wir sind ein Superheld, obwohl wir diese Freundin vernachlässigt haben. Hm, vielleicht hätte ich nicht das mit... What the fuck? Das ist echt weird. Warum machen... Also ich sehe das richtig, das sind ja Ameisen. Das ist echt ein Foto wert. Ah, da haben wir diese schöne Obdachlose. Traurige Woche. Wir verallgemeinern das mal. Das ist ein Schade, Max. Aber du bist so verdammt jung. Oh, wenn ich zurückgekehrt bin und wieder sein sollst du wieder. Ich wirklich wünsche dir, dass ich dir helfen könnte. Du hast es, die letzte Mal, du mit mir sprachst. Jetzt sieht du, wie du mit dir tun kannst. Du kannst dir eine Hilfe von deinem eigenen. Nur um ein paar Antworten zu finden. Ich bin wahrscheinlich ein größer Snoop als du. Ich spreche mir bei Nathan Crescott. Die Obdachlose war recht nett, aber... Ach komm, erzählen wir mal die Wahrheit. Na ja, mal vor allem eine Vision erzählen. Hm. Wer soll schon der Obdachlose glauben? Also ich halte das für klug und sinnvoll. Zu erzählen, dass Arcadia von einem Tornado angegriffen wird. Ich meine, es ist gut, wenn man Menschen vor so etwas bewahrt. Da ist der LKW-Trucker. A-Troop. Vielleicht solltest du die, dann. Wenn ich da habe. Also, das schiefste Rachel mitzweig warst, mich manchmal gefragt, ob ich sie nachfragen würde. Sie in den Los Angeles bin. Du kennst die Rachel Amber? Kannst du mir noch eine erzählen? Nein. Christ. Warum hast du einen realen Job, nicht mehr von Arbeit? Ich würde gerne zu sehen, dass du Blackwell-Turr versucht zu fahren, meine 1977 Needam 18-Wheeler da zu fahren. Wie gesagt habe ich... Geheimdienste裡. Boah, ist der mies gelaunt. Ja, ja, komm. Ja, ja, ist in Ordnung. Woher könnte ich das jetzt urplötzlich wissen? Ja, natürlich, wir besprechen jetzt im Blackwell-Unterricht über LKWs. Sagen wir mal Rachel Amber. Meine Freundin Rachel Amber hat mir über diesen coolen Rigg in der Stadt gesagt, weil ich liebe, Fotos von Truckers zu nehmen. Du kennst Rachel? Sie hat sicher nicht einen Ratsass über Truckers oder wirkliche Arbeit gegeben. Oh, also musst du sie auch kennenlernen? Nur aus dem Diner. Sie war nur ein Gold-Digger. Sie hat in Kalifornien mit all diesen... Wer weiß, was. Gute Rettung. Aber du kannst Bilder in meinem Truck in any time. Danke. Ehrlich gesagt, ich bin mit der Antwort nicht zufrieden. Naja, jetzt... Wüsste ja schon, wie die Story abläuft. Ja, 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 ja. Zack, zack. Sagen wir mal, Blackwell-Unterricht. So haben wir es ins Reine gebracht. Ab ins Diner. Boah, es sieht immer noch geil aus, wenn man durch diese Tür reint. Bacon. Ich bin bereit für Nosh wieder. Oh, aber ich brauche die Schlüssel von Frank. Oh. Äh, was steht da? Das siebte Zeichen des Mädels und des Himmels will turn black. And living things die because of it. Hm. Das ist eigentlich eine Warnung, die man nicht ignorieren sollte. Weil lustigerweise sterben Vögel aus. Also, es verbirgt sich ein bisschen mehr dahinter, als nur ein bisschen Trara. Weil ich meine, jetzt haben wir eine Naturkatastrophe nach dem anderen. Ja. Aber das nicht erklären, die recenten Wärme-Wärme-Wärme-Wärme-Wärme. Nein, aber wir müssen beginnen mit der Hypothese, dass Klima-Wärme ein Teil der Unseizendienung ist eine Teilnahme für das Unseizendienste Wärme. Das ist natürlich nicht alles, das ist. Frisch, wir noch nicht wissen. Dr. Hedora, wird dein Team mehr nach dem letzten Tests? Ich hoffe, wir sehen mehr Pattern, das uns eine Atmospherische Tent. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oha. Es wird nicht besser. Ah, okay. Der Polizist. Hm. Ja, das ist deine Kennwerte, das ist nicht so gut. Also würde ich mal sagen, kümmern wir uns um unseren Auftrag. Reden wir doch mal mit unserem tollen Franky. Okay. Okay. Ich tue mal jetzt mal in den Zeitabschnitt einfach mal zurückspulen, als ob es sie nicht gegeben hätte. Aber mich würde es immer zu gerne reizen. Der hat ja eine stinkende Wut. Man kann ja richtig frech sein. Da ist sie. Super Maxine. Das ist deine neue Nachnamen. Sorry, aber du hast es. Wir sind alle sehr stolz für dich zu helfen. Danke, Officer Barry. Ich war einfach glücklich. Und genau auf der Zeit. Kate ist, wer gilt. Ich bin glücklich, dass du die Blackwell Academy repräsentierst. Du denkst, Arcadia Bay eine wunderschöne Stadt? Ich würde ein normaler Stadt mit normalen Problemen jetzt machen. Das macht mich sick zu denken. Hm. Also... Ich glaube, es ist Prescott. Ich glaube, Nathan Prescott represents Blackwell. Ich glaube, es ist ein bisschen zu machen. Ich weiß, was die Prescotts representieren. Sie wissen, was die Prescotts representieren. Taking over Arcadia Bay. Sie sind nicht falsch, Max. Ich hörte die Prescotts arbeiten auf ein paar neue, große Land deals. Herr Prescott helped meine Familie einmal ein paar Jahre. Und ich habe damit ein Problem mit ihm gemacht, das ich nicht aussehen kann. Mann, wenn ich einen instanten Replay in Leben bekomme... Ich hätte besser mein Frühstück erstes enden. Aha, eine Abmachung, aus der er nicht mehr rauskommt. Hier ist sie. Ja, 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 ja. Ich bin zu, Maxi. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ich habe gehört, dass du mit dem Prescott gearbeitet hast. Jesus! Das ist nicht so, dass diese Stadt nicht immer wieder rauskommt? Ich bin nicht so, dass du mehr Arbeit hast. Schau mal, manchmal habe ich mit Prescott gearbeitet, um sicherzustellen. Dass sie alles gut gemacht hat. Nathan, auch dazu. Ich habe es nicht so, Maxi. Ich versuche, jemand anderes, Lieutenant Caulfield. Warte mal, die schl- Moment, da dreh ich mal zurück. Da muss ich mal kurz die Kamera ausmachen, weil das ein wenig doof wird, die Kamera von mir. Ja. Ja, ja. Reden wir mal mit diesem Nathan an. Uh. Oh, look, Max Amber, nice outfit. By the way, thanks for getting me fucking expelled, you twee bitch. You're lucky this is a public place. Considering we're in a public diner with a police officer right over there, you shouldn't advertise your rage, Prescott. Oh, yeah? You shouldn't have bitch snitched on me to that fucked up principle. I heard your dad hired a local cop to keep an eye out on you and Frank Bowers. Like a babysitter. Bullshit. My dad doesn't hire. He owns. And these pigs know better than to knock on me. Do they? I hope that means Frank won't get busted. Eventually he will. Guys, into some freaky shit. He told me once he took a weird blood oath for Rachel. Forget I told you that. Seriously. Now get off my crack whore. Keep your pie holes shut. Aha. A bit of information. Reden wir mal über diesen Blutschmur. Weren't you supposed to keep your mouth shut about the blood oath, Frank took for Rachel? Blood oath? Who? What the fuck? I never told anybody about that freaky shit. Besides, everybody knows Frank is a liar. And a loser. Even Rachel did. Yet Rachel Amber hung out with him more than you. So? Rachel wanted Frank's stash. She let him take pictures. Then he carries around her photo like she posed for love. Dumbass. Wir tun mal so, als ob es dieses Gespräch natürlich nicht gegeben hätte. Ja, ja. Wir wissen. Ich finde die Informationen so super. Man kriegt eine Information und schon muss man, ja, ein bisschen anders reden mit denen. Oh, ja, komm. Listen, Nathan. Ich werde zurück alles, was ich gesagt habe über dich. Wenn du mich mit Frank verbunden hast. Wissen Sie was ich? Du hast noch nie gehört, ein Baby Aspirin. Wie denkst du, dass ich mich verbunden habe all night studieren? Ist das ein Problem oder nicht? Ja, calm down, hard up. Deal. Du hast deine Schule Supply. Du hast einfach über Frank und whisper, Higher Education. Du hast dich auf. Was kann ich für dich machen, Max? Nathan sagte, dass Rachel Amber an Blackwell representiert. With Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. I want you to stay out of his orbit, okay? He man that rabid mutt. I heard something about Frank Bowers and his puppy. My boy does love his dog. Especially when the dog is your personal drooling bodyguard. You couldn't bet he trained that poor thing on blood. Gross. I wouldn't bet. Where did he get the pup? Frank used to bet on dogfights. To his credit, he had a revelation. He saved a bunch of the dogs. Kept one for himself. He's still a creep. You and that Chloe stay away, right? What can I do for you? I guess Kate Marsh will be the face of Blackwell for a while. And you for helping her. That's the kind of school spirit we need more of. Hmm. I feel like David Madsen represents Blackwell. Not for long. He's a loose cannon. We all respect him for his service, but he's too eager. He's eager to be a dick to me and Chloe. That's true. He was ranting about a stolen gun, then I tuned out. Somebody's always out to get him. Okay. Huh. Huh. Yeah, yeah. Your sugar daddy will always protect you and threaten me. You don't know shit about my father or me. Nobody here does. Then tell me what I should know. Why? So you can pretend to care? Hm? Spoiler alert. He's an asshole. Maybe I can help you. I don't need you for anything except to stay out of my fucking business. Understand? Now get out of my face. Dieser Typ ist unbelehrbar. Holy shit. What do you want now? I bet you hoped that Kate Marsh would stay quiet. Idiot says what? Did you drug her? You are so stupid, Max. You think you're so goddamn smart, too. Don't push me, girl. You don't want me for an enemy, understand? Do you? Calm down, dude. We're in the diner. Right. Plus, you're an adult now. I can sue your dumbass for libel. Thanks. Now fuck off, Dyke. Oh! Oh! Das wird ja immer besser mit ihm. Also mit dem habe ich das auch schon besprochen. How do you think... Calm down. Holy... Ah, gut. Mit dem Press Cut ist nicht viel zu reden, also... Reden wir doch mit unserem Lieblings... Reden wir mit unserem Lieblingsfreund, den Frankie. Oh. So. Ja, ja. Hm. Treffen wir ihn auf einen wunden Punkt. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich die Fotos von Rachel gab. Ah. Wie wie das genau das wissen? Huh? Chloe, ja? Sie hat mir gesagt, dass sie eine von Rachel's favoriteten Bilder war, das sie für dich haben. Realisch? Ja. Das ist das, was ich dachte. Sie war nur die Naturale, du wißt du? Was... Moment, Moment. Ich hole mich. Hier, Sie für dich. Oh, natürlich... ob er das gemerkt hätte das hast du jetzt nicht wirklich gemacht was macht die denn gute reflexe das war knapp, Alissa okay, Max, das ist die dritte Mal, dass du mich aus dem Hormsweg спасst du willst, mein Engel nicht, ich habe nichts spezielles getan du hast deine Schuld, um Kate's Leben auf der Straße zu retten du bist wirklich ein Blackwell-Hero, Max na, wir sagen Kate ist meine Freundin ich habe mich noch nie mit der abgehangen, wenn ich ganz ehrlich bin aber vielleicht hat sie mich ja mal irgendwann also mich würde es freuen ich sollte wissen, die Amazing Spider Max Spider-Max! Spider-Max! Lebensentscheidend! Ja, gut Richtung Parkplatz kommen. Aber lasst uns nicht Zeit wenden. Der Hund ist jetzt beschäftigt. Aber er könnte zurückkommen. The fuck?! The fuck, machen wir das jetzt in... Das verstehe ich nicht! Ja, wirf mal Richtung Straße, vielleicht geht der Hund drauf. Get the treat treat boy! The meat is in the street. Oh no! Please, please do not let that poor dog be hit! I bet he's fine. I'm sure he is. Come on, we definitely don't have time to waste now. Oh please, please don't let that dog be hurt. Or worse. Na. Auch wenn ich diese Dreckstölen nicht leiden kann. Ich will mich ja nicht als Tierschützer interpretieren oder sowas. Aber lieber zum Parkplatz, dann überlebt der Hund. Auch wenn er höchstwahrscheinlich nicht leiden kann. Get the treat treat boy! I think we just made that dog our bitch. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time. Wir werden vielleicht Gefangene? Ja. 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 generals. Unders. Oh god. Das Ort ist schade Oha, ich erahne, dass das noch eine Kampfsituation wird. Oh Gott, Alter, ich... Das ist so ein Moment, wo ich sagen würde, ich hasse Amerikaner. Oh, Fotos. Fotos zum Anschützchen. Das war dann in der Hinsicht doch eine gute Entscheidung, dass wir den Hund... No more secrets. I cannot believe he would wear a collar and a furry mask. You are dumb. Wir können nur Sachen ansehen, aber wir haben nichts zum Stämmen. Hm. Es wird spannend. Ja, dann müssen wir anscheinend... Wirklich? Ihr würdet das auch noch toll finden, mit so einem Scheiß Teil zu fahren? Wollt ihr mich verarschen? Oh, da ist noch ein Schränk nicht mehr, den wir noch nicht geöffnet haben. No price here. Uh. The archetypal filthicard issues. This is almost as good as a set of keys. Ah, damit könnten wir sogar noch den Lüftungsschaft öffnen. Oh, man. Rachel and Franks Hund. Sind wir mal froh, dass der Hund tatsächlich noch gelebt hat. Tja, ich werde mal kurz ausschalten die Kamera. Hoffe, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid wegen der letzten Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen und am armen Pompidou. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus Arcadia Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe. Und der Gedanke an uns zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig, Rachel Amber. Ich würde mal sagen, er ist nicht dafür verantwortlich. Wenn ich das mal so richtig auffasse. I'm glad Rachel got to drive this beast. She looks genuinely happy. Rachel really did hang out with Frank. I'm learning more about Rachel than I want to know. Oh, fuck. Trouble in paradise. Frank, was du getan hast, war uncool. Und schiebst nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht. Und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir sehen nicht zurück. Mir liegt etwas an dir und also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Das ist interessant. Historisch betrachtet. Oha. Das ist interessant. Historisch betrachtet. Warte mal, können wir die Klappe wieder zu machen? Weil dann würde man auch Beweise damit nicht hinüber machen. Okay. 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 Oha. Ah. Ohaaaaaii. Oh! Ja, durch den Hund weiß er jetzt, dass wir da waren Das ist natürlich klar, das hat natürlich Auswirkungen Schlicht und ergreifend würde ich jetzt sagen, keiner ist schuld Es ist einfach, es ist Leben, was passiert, es ist niemandem Blah, 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 als Mr. Jefferson würde sagen Und Kate Marsh Ja, Kate Marsh almost killed herself Such sad, okay? Das macht mich gar nicht besser über meine F***-up-life Get it? So, who do you most want to blame? My f***ing dad, natürlich Hello? You blame William? Really? Yes, I do, damn right He chose to go out that door and leave me forever Chloe, your dad didn't choose to leave you I know that, Max My mom actually blames herself Just because she wanted a ride home from work Sometimes even I blame her No, you don't Yes, Max, I do Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does No, of course not But I was with you that day It was just a terrible accident I wish that made me feel better But ever since he died, my life has been dipped in s*** Nein, wir müssen mal positiv auf sie zusprechen You don't want to hear this, but you're still here Alive, with me And that is no accident You're right I don't want to hear this Chloe I can't do this out on my own I need you with me And Rachel needs you Gott ist die zickig Na toll, jetzt gibt's wieder auf eine Szene Na toll, jetzt gibt's wieder auf eine Szene Ja, das ist nicht sehr schick Aber vielleicht denkt sie mal drüber nach Oh mein Gott Was ist jetzt passiert? What the f***? Können wir jetzt in Bildern sehen, was passiert ist? Oh Gott Oh Gott Benutze A oder D oder Linke What the f***? 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 Was zur Hölle geht da vor? Willkommen in der Vergangenheit? Ich weiß, dass ich die Bilder schon gesehen habe. Ich und Vater. Oh Gott. Wtf? Chaos? Ich bin in der Vergangenheit. Ah, deswegen die blauen Haare vielleicht. Ich bin in der Vergangenheit. Was zur Hölle ist da los? Das ist ein cooles Schnee Dough. Aha! Du kannst mich nicht immer von mir aus. Jetzt locken mich nachdem ich. Play gut. Try not to destroy too much of the house. Und keine Chloe und Mack's wine tasting session. Dad! Ich bin so schwer. Ich bin so schwer. Denn heute Morgen hat unsere Mutter gesagt, dass uns eine welt-fammerung Salmon surprise mit einem Schokoladekacke für dessert ist. Max, du bist hier auch, oder? Sie ist niemals zu mir. Das macht uns alle. All of us. Du wirst dich dankbar für das einen Tag. Shit! Where are my keys? Das ist ein Dollar für das Swear Jar! Du meinst deine College Fund? Keys, bitte. Irgendwas müssen wir hier noch tun. Müssen wir jetzt echt den Schlüssel verstecken? Also wenn man über das Mädchen genau betrachtet, schaut sie echt hübsch aus. Das heißt, wir verändern jetzt gerade die Vergangenheit? Ich komme dich an. Jetzt habe ich eine Chance für eine Mocha. Ich bin da kurz. Ich liebe dich. Oh, meinst du... Entschuldigung, meine Damen. Ich muss mich zu retten, die Queen zu retten. Sie hat nicht so viele Bälle für uns zu feiern. Du bist wunderschön. Du wirst dich dankbar für das einen Tag. Shit! Where are my keys? Das ist ein Dollar für das Swear Jar! Du meinst deine College Fund? Keys, bitte. Was ist das heiß, wenn wir jetzt da rein... Shit! Where are those keys? Another Dollar für das Swear Jar! You're bankrupting me! Du renierst mich! I knew this thing would come in handy. How the hell did my keys end up here? And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't... Oh, ja. Wir haben also fast alles richtig gemacht. Die zuerst. Ich bin sehr dankbar für das. Ich bin, wenn deine Mutter ist. Ich werde sie wissen. Was ist das? Oh Gott. Das ist ja fast schon undercover, was wir da treiben. Was ist das? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh! Ach. Ach. Nehm. Ha 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 Ich weiß, dass ich die Schläge hier hatte. Ich weiß es. Ich habe vergessen, kleine Junge. Lass die Schläge! Natürlich. Die letzte Woche habe ich von Spy Guy Elektronik. Du kannst den Bus nehmen, richtig? Der Stopp ist direkt nach der Straße. Das kann ich machen. Sehr gut, Max. Ja, der Bus ist großartig. Es kommt alle 15 Minuten. Es gibt viel Platz für dich, und Joyce, und Geräte. Und es hat die Umwelt zu verhindern. Du hast mich bereits gewonnen. Ich bin zu yonder Bus Stopp. Joyce will lieb das. Max, du bist so fucking strange. Du fühlst dich gut? Chloe. Ich bin großartig. Wir sind großartig. Was ist großartig? Was ist das? Scheint. команde gleiche stumble wird. secret. Woher? Woher? thats zu々. Weler! dancers 사무 vaak Ich zeige dir nicht. Tcha! Th- Jetzt wird es strange. Was zur verfickten Hölle geht es da vor? Hallo, bist du sogar hörst, Maxine? Alle meine Freunde in L.A. sagten mir, dass wir uns nicht mehr verletzten, dass wir uns immer wieder verletzten. Aber immer Maxine. So, das ist warum sie so lange lachen. Ich weiß, sorry, Mad Max. Du bist nicht auf mich, richtig? Genau? Du willst, die Leute in Oregon zu fangen und rütteln? Ich glaube Max ist hoch. Sie ist so wunderschön. Du bist cool, Max? Was der F**k? Niemand hat gehört, als ich gesagt, dass wir sie nicht in der Vortex haben. Courtney, du willst niemanden in der Klub. Like whatever, B**ch. Warren. He hooked up with Stella? The hell? Oh no. This is totally f**ked up. What else have I changed? Also, ich führe jetzt ein Leben mit Vortex Club? Was? What the f**k? Was zur verf**kten Hölle? Hm. Das war's mit deiner Beziehung, ne? Nein. Buhm. Buhm. Also ich habe jetzt alles ins Reine gedreht Und ich habe keine Ahnung Wie jetzt das weitergehen soll What's weird David Manson Das heißt ich mache hier gerade ein perfektes Leben Für die auf Heißt das jetzt I save the world Oh Spalstrand The hell Oh God Fuck Das heißt Durch Warte mal Warte mal Halt stopp Max Caulfield Taking a break after taking Seattle by storm We thought we'd never see you again after you left for the big city No I never do that to Chloe Speaking of I know she's been dying to see you hold on Chloe You have a visitor Was What the hell Was ist passiert Oh God Was habe ich da gemacht Also Moment mal Stopp Okay es gibt jetzt erstmal ein let's read Es hat jetzt dramatische Auswirkungen in dem Chloe's dad Mehr oder weniger Nicht verstirbt sondern am Leben ist Das heißt David Manson wird Busfahrer Ich werde eine High Society Girl Und Chloe ist eher ein Krippel geworden Hm Das ist Nimmt echt biblische Ausmaße an Das heißt ich hätte niemals Warring kennengelernt Boah Shit No Fuck Tja dann bewerten wir doch mal aus Ich hätte sie bestehen können Ja Ich hab's liegen gelassen Ich gehöre zu den braven Leuten Oh Ich fand ich Ich bin also Mainstream genug zu sagen Ja Ich hab Chloe geküsst Hm 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 Was jeder natürlich in der letzten Beziehung dann will Du hast für Chloe Partei ergriffen Hm Hm Ja Anscheinend habe ich das Was 6% nicht getan haben Einfach mal den Hund am Leben gelassen Was auch sehr sehr schön ist Also Neh tut mir leid Auch wenn ich diese Tölen einfach nicht leiden kann Ähm Da hat es leider Gottes einfach mal Richtigkeit Einfach nur mal Dass man sich um diese Weißt Ich mein Aber wenn dieser Hund scheiße ist Ja Und es auch verdient hätte Über die Straße zu überfahren zu werden Muss ich sagen Es gibt schönere Enten Und dass Chloe dann halt Davids Waffe hat Das war anscheinend schon sehr gut Am Schluss Das war sehr sehr gut Weil das hätte ganz dumm ausgehen können Gibt's da noch was Ah Ich hab jetzt am Schluss kein Zeichen am Kamin gelassen Ja gut Ging recht schnell Also Habe ich alles Schlimmer gemacht Als was es ist Oh da gibt's noch mehr Ähm Ich blätter mal rüber Lisa ist eingegangen Lisa lebt Ah Schade Für das Dass wir sie Ja Gegossen haben Hm gut Du hast Warren nicht beim Test geholfen Ah Okay Das war wieder ein Hitten Ding Du stehst Nicht auf dem Gästenliste des Vortex Club Ja gut Wie jeder Andere hätte es nicht Hätte es getan Anscheinend haben sie festes Interesse Äh Ich hab keinen Namen vom Vortex Club gelöscht Das hat auch anscheinend noch jeder irgendwie nicht getan Hätte man tun können Ich hab's anscheinend nicht gefunden Du hast die Nachricht des Polizisten vom Anrufbeantworter gelöscht Äh Das hat kein anderer getan Gott sei Dank Tja Was jeder auch getan hat Du hast Elise geholfen Du hast die Obdachlose gewarnt Was nicht viele getan hätten Aber vielleicht hat das noch später tolle Auswirkungen Und du hast in der Vergangenheit kein Foto geschossen Äh Das heißt Wir können das nicht Verändern Das ist traurig Und das wird unsere neue Episode Ja Und Da würde ich mal sagen Das war's auch von uns Erstmal für Diesen Part Es wird jetzt wieder in der Street kommen Schade Ich glaube es wird nichts mit uns Bei einer letzten Beziehung Die habe ich jetzt anscheinend versaut Schade Schade Ähm Also ich sag's ganz ehrlich Auch wenn ich dieses Weißer Scheiß nicht leiden kann Für Chloe tut's mir halt wirklich jetzt leid Na Hm Jetzt werde ich nicht mehr so gefeiert wie sonst Hm Schade Na gut Wir sehen uns auf jeden Fall bei einem Let's Read Nummer 3 Bis dahin Tschüss Tschüss